Und jetzt kommt noch das dritte Auge. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich, ich musste schmunzeln, als Alfred das gesagt hat, alles kannst du noch ein bisschen dritte Auge erzählen, aber nur, wenn das natürlich auch diesem Rahmen passend ist. Ihr wisst ja, ihr dürft mich alles fragen, warum müsste alles passen? Ich habe ihm dann auch Alfred gesagt, Alfred, ich will es von dir noch wissen, was ist das dritte Auge? Weil ich merke, viele Menschen sehen das unterschiedlich. Viele Menschen haben das Gefühl, wir haben da wirklich ein drittes Auge. Die Einigen sagen, das dritte Auge sei das die Zirbeldrüse. Andere sagen, es sei wieder etwas anderes. Und da bin ich zum Teil völlig durch. Na, was ist das denn jetzt? Weil physisch sehe ich es ja nicht. Ich gehe einfach damit so, ich habe zwei Augen, links und rechts. Aber wenn ich mich jetzt konzentriere, habe ich wie so einen spirituellen Sinn, sage ich jetzt mal. Kann das dritte Auge sein. Wo ich für mich vielleicht mehr Informationen bekommen kann. Und als ich das wie gecheckt habe, wusste ich plötzlich so, ja, ich kann ja viel mehr mit Menschen lesen, kann Informationen abholen. Und übrigens, ich frage mich heute noch, wieso, dass ich mediale Fähigkeiten habe. Und ich frage mich immer noch, ist es denn jetzt wirklich medial? Oder lese ich jetzt einfach den Mensch? Und ich habe mich dann so gesagt, Alex, was du machst, du liest Energien. Also muss da ja noch eine Energie sein, die es gibt. Anscheinend ist sie ja tot, aber irgendwie kann ich die anzapfen. Also habe ich gemerkt, okay, mach mal diesen Stress weg mit Tod und Menschen zu, aber ich weiss, ich kann Energien anzapfen. Das war so yes. Und ich wusste dann auch, irgendwie funktioniert es. Und irgendwie habe ich da mehr Infos als andere. Vielleicht auch nur, weil ich es mache. Keine Ahnung was. Und das ist cool. Also das ist eine coole Sache für mich. Und das mache ich wie folgt. Also ich konzentriere mich, früher eben so, auf einen Punkt. Und das Erste, was kommt, das kommt über meine Sinne. Das sind Informationen. Informationen. Ich habe gelernt, wie ich diese Informationen aufnehme. Das ist wie eine zusätzliche Sprache. Die nehme ich. Ich habe auch gelernt, wenn ich den ersten Input nicht nehme, wird auch kein Zweiten kommen, weil der Erste ist da. Da habe ich aber auch gesehen, diese Energie ist sehr intelligent. Die schicken dir so Brotkrümel hin und du fangst sie und willst sie nicht verwerten. Du bist auch selber schuld, wenn du nicht mehr Informationen bekommst. Wegen dem Hohlprinzip. Also habe ich auch aufgehört, mein Ego abzuschätzen. Ist jetzt diese Information gut genug oder ist sie doof? Das war für mich ein Riesenthema früher, weil es hat mir immer geheißen in der Ausbildung, Alex, du darfst nur Facts liefern. Also Facts sind so Highlights. Und wenn du 20.000 Menschen liest, merkst du halt, nicht jeder Mensch hat Highlights. Wieso? Weil das sein Leben ist. Viele Menschen haben ein verdammt langweiliges Leben. Also die wären nicht alle 92 und machen noch mit 80 Bunching, Jumping, haben 100 Freunde und gehen da auf die Pauke. Was auch immer Spannung ist. Oder haben 20 Häuser und fliegen nur umher. Nein, da gibt es Menschen übrigens, die kommen nach Hause, hocken auf die Couch und schauen fern. Das ist ein Leben anscheinend. Und das ist für die spannend. Für mich ist das langweilig. Aber über solche Sachen rede ich dann halt. Und da habe ich gesehen, okay, kann ich sobald ich aufgehört habe, meinen Filter rauszutun, also nicht, was für mich spannend ist, sondern ist das Vis-à-vis, Kundenbewirtschaftung bitte, erzähle ich das. Und wenn sie dann in Tränen ausbrechen oder sagen, das war ja supergeil, dann sage ich, ich habe es getroffen. Also mein Values und meine Wertschätzung an Leben total rausnehmen. Es geht da wirklich um das Vis-à-vis. Das war der nächste Block, wo ich extrem hart arbeiten durfte. Die Information bekommst du schnell. Aber danach damit umzugehen, habe ich gemerkt, das ist für viele, viele ganz schwierig. Und da habe ich immer Feedbacks bekommen, wo mir Menschen gesagt haben, Alex, das andere Medium hat mir gesagt, ja, der Verstorbene möchte nicht reden oder der trinkt jetzt lieber einen Schluck Alkohol, was, da hörst du ja Sachen. Das habe ich immer gesagt, ist noch spannend. Warum soll jetzt eine Energie noch ein Nutella-Brot essen oder möchte dir nichts sagen? Da habe ich dann gesehen, auch durch das Durchkämmen der Bibel und das Ganze, ist ja das Menschlich. Also es ist ja ein menschliches Bedürfnis. Also wusste ich auch, das ist ja der Mensch, der das erzählt. Also hat der Mensch, also das Medium, Probleme damit, also er konnte nicht damit umgehen. Da sage ich lieber, hey, es tut mir leid, ich verstehe nicht, was er meint, dass wir weitergehen können. Das habe ich viel oft gesagt. Hey, ich habe eine Meldung bekommen, das ist XYZ. Ich habe keinen Plan, was es bedeutet, aber ich wollte das nächste Nugget, weil ich wusste, wenn ich es nicht sage, oder wenn ich etwas daraus mache, wo nicht stimmt, bekomme ich das nächste Nugget nicht. Also muss nicht intelligent sein, sondern clever. Setz einfach um und mach weiter. Nimm deine Bedürfnisse raus, befriedige das vis-a-vis. Es ist übrigens menschlich, es sind Bedürfnisse. Und so kommt, habe ich den nächsten Schritt verstanden. Ich sage, okay, spannend. Also wenn die Menschen da reden, die machen sich ja noch selbst schlecht. Erzähl doch lieber die Wahrheit. Da habe ich begonnen, Wahrheiten zu erzählen. Habe ich auch gesagt, ich hatte mal einen Mann, das darf ich jetzt sagen, ist gestorben. Der war 98. Er hat herausgefunden mit 98, dass seine verstorbene Frau eine Edelprostituierte war und sein Haus eigentlich ein Bordell war. Sie hatte Videokameras eingerichtet, hat eine zweite Tür gemacht. Sobald der liebe Mann draussen war, sind hintenher die Klienten reingekommen und sie hat sie alle befriedigt. Am Laufmeter. Das erste Kind war von seinem besten Freund, aber nie von ihm. Die Tochter war von einem Gousin, aber nie von ihm. Haben wir alles gemerkt. Das war noch spannend. Das war so ein richtig spannendes Leben. Und er wusste nicht mehr, wie jemand umgehen sollte. Das hat er mit 98 herausgefunden. Wieso? Er war davor Swissair Pilot. Er war davor, kam er in die Politik. Er hatte keine Zeit für die Familie. Er hat nur Schweine für Geld verdient. Die Frau hat auch ihr Leben gemacht. Man sagt dem, ein unterschiedliches Leben führen, aber dennoch haben sie eine Beziehung geführt. Ganz spannend. Und das war ihm wichtig, dass er das schlussendlich noch herausgefunden hat, weil er hat dann Bücher gefunden, Schriften gefunden, Fotos, Nacktbilder, alles von seiner Frau. Und er wusste gar nicht, wo das hingeht. Und ja, war noch spannend. So Sachen aufzudecken kann man als Profi, muss man nicht. Am Anfang habe ich auch gedacht, ich bin in einem schlechten Film. Was geht denn da? Also das müsste man verfilmen. Das wäre wahrscheinlich Volley wieder live. Aber ja, so gehen Menschen mit um. Also einfach deine Bedürfnisse rausnehmen für andere. Da haben viele Menschen Mühe. Vor allem, wenn du jetzt selbstständig wirst, hatte ich am Anfang auch das Gefühl, hey, ich habe einen super Kurs gemacht. Ich fand den super geil. Keine Motto dann kaufen. Ja. Irgendwie war er halt nicht so geil. Und ich muss, habe den Geld verstanden, die Kunden zu fragen, was wollen sie dann? Und habe dann das für sie angepasst. Und dann kam es langsam ins Rollen. Und das ist wichtig. Immer dann bald zu bleiben, halt zu umzutauschen, zu fragen. Nicht zu scheu sein und fragen, dass das schlecht ist, sondern nein, frag lieber einmal mehr nach, weil es soll ja ein Bedürfnis für das Vis-à-vis sein. Und das ist alles vom dritten Auge. Also vom dritten Auge bekomme ich Informationen von einer Energie, wo ich viel Mühe habe, mit meinem Ego das umzusetzen. Und das können viele Menschen eben nicht. Darum haben sie das Gefühl, sie können das dritte Auge nicht aktivieren. Weil sie bekommen da Infos und das bekommt jeder, wo du denkst, das kann es ja nicht sein oder das wusste ich schon oder was ist das für ein Scheiss. Ne, da beginnt es. Und ich sage immer so, ich rede jetzt halt ein bisschen, das hört sich jetzt ein bisschen strange an, die da, wo die da schicken, die möchten dich jetzt ein bisschen testen, wie du damit umgehst. Und je nachdem, wie gut du dich privilegieren willst oder in Stellung bringen kannst, kannst du es so sagen, wie du willst. Sei einfach darauf aufmerksam. Wenn du zu viele Scheisse erzählst, wirst du keine Nuggets mehr bekommen. Die schauen dann schon, dass du dann nichts mehr bekommst. Und dann bist du dann wieder genervt. Dann sind wir wieder da, wo ich dir aber noch von gesagt habe, nämlich Selbstabbertasche. Also als ich mich begonnen habe mit diesem dritten Auge, sage ich jetzt mal ganz einfach, Alfred, heraus anzusetzen, habe ich sehr viel gelernt. Das war für mich so meine krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Viel mehr als nur sensitive Arbeit. Sensitive Arbeit ist für mich Menschen lesen. Das ist für mich relativ einfach. Das andere ist so, da habe ich wirklich harte Schule gemacht. Habe ich fühlen gelernt. Habe ich mich zurückstellen gelernt. Oder mich nach vorn bringen gelernt. Habe ich gemerkt, Alex, um dich geht es gar nicht. Es geht um das Vis-a-vis. Hör mal auf, deinen Scheiss reinzubringen. Ach so. Und das war für mich echt sehr anstrengend. Und immer wenn ich da diese YouTube durchgehe, TikTok, denke ich immer, diese Menschen sind ja so was von selbst reflektiert. Das ist ja brutal. Und wenn du da mit ihnen redest, merkst du, wie stark das Ego bei denen ist und das hauptsächlich um Geld geht und andere nicht. Und es ist noch spannend. Und ich habe jetzt auch für mich gelernt, im Leben geht es nicht um Geld. Es geht um Energie. Und wenn ich dann schon Schriften sehe, wo fast 10'000 Jahre alt sind, wo Menschen anscheinend geschrieben haben, dass sie Energie aufgebaut hatten, dass man irgendeine Sache machen konnte, war ja sowas von geil. Und auch da ging es schon um Energie. Und da, das ist auch ein bisschen der Schlüssel, wo wir hinkommen. Und zurzeit sind wir in einer Phase, wo sich der Elon Musk die Haare wälzt. Wie kann ich jetzt meinen super Raumschifflichen da ein bisschen schneller machen? Muss ja ein neuer Motor rein. Das wäre übrigens eine andere Energiequelle finden. Ich habe das Gefühl, wir haben die schon. Aber irgendwie können wir sie nicht verwerten. Wenn du übrigens in die Geschichte reingehst von Nikola Tesla, der ist noch cool, der hat 1800 gelebt. Das war eigentlich der Gründer von dem Elektromotor. Das hat er damals empfunden. Selbstsabotage per Exzellos. Ich wäre eben mit meinem Poch, hätte ich schon längst einen Kopfschuss gehabt. Heisst Schaufel holen, Loch schaufeln. Simpel, einfach. Auch da, es ist immer einfach. Nur das da oben sagt alles was anderes. Und das wollte ich heute gerne mitgeben. Also auch viele Sachen, die ich erzähle, immer die Menschen sagen, ja es ist simpel, es ist einfach. Ja es ist immer einfach, aber ich tut es nicht. Wenn du es tun würdest, würden wir nicht darüber sprechen. Das ist mega spannend. Daran auch, es sind einfache Sachen. Das was du denkst, dahin geht die Reise. Und das sind ja auch Sachen, die wichtig sind, die wir auseinandersetzen dürfen. Es ist da nicht noch jemand im Wartezimmer. Ich weiss gar nicht, wer das ist. Nehm jetzt den mal rein. Und so können wir die Sachen austauschen, wissen dann eben auch, wie das Beste schlussendlich auch funktioniert. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mit rausnehmen. Und jetzt möchte ich für euch mal hören, welche Fragen da so unterwegs sind. Ich kann es nicht mit den Schmied. Ich kann es nicht mit den Schmiedschlussend. Vielen Dank.